Ja, hallo. Heute Morgen habe ich ein Lied aufgenommen. Kommt, sagt es allem weiter im Rahmen der Erstkommunion. Es war schon der 5. Juli, aber in Zeiten Corona verschiebt sich sogar der weiche Sonntag. Viel Freude beim Hören. 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 Ja, ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Euer Wodka.